Hier der beste Spot, ich schwörs euch, der ekligste Spot. Du hast hier eine Rauchgranate. So, und... Aaaaaah! Jingdowerk, meine Freunde. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, nein, Digga, ich hab heute so eine Sprachfehler, das ist nicht normal. Egal, das lade ich jetzt hoch, obwohl mit Sprachfehler, was auch immer. Heute stelle ich euch das beste Klassen-Setup des... Ja, ich hab so gespacht. Amorok! Heute stelle ich euch... Okay, werdet einmal am laufenden Video sehen, was ich euch vorstelle, Mann. Junge! Jör, hau Bait! Oh! 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 Ich hab dich zerstört. Also, Junge, holt da oben allein. Oh! Outplayed! Outplayed, Junge! Geh nach Hause! Geh nach Hause, ich schwör. Digga, das bin ich, das bin ich. Guck mal, wie Knife-Rong geil ist. Zack, wollt ihr mich wegtryaden? Weg da, Junge. Nicht mit mir, Meister. Weg! Geh gemisst. Weg! Hammerhook wiedergeholt. Oh, I imagine that, he get it. Hoho! Weg! Und die Abschuss-Camps sehen halt anders geil aus. Ich schwör's euch, Knife-Rong bringt mega Fun. Vor allem mit Six-Man oder so. Hoho! Oh, my God, so old, cretter, muss ich gar nicht von mir. Haha! Junge, ich nehm die so hoch Ich hab die so hoch genommen, ich schwör's euch Digga, was? Ich hab die zerstört Nein Ich hab die so zerstört, Digga, uff Diese andere, uff So hab ich gemacht Oh, was? Durch diesen kleinen Schlitz werfe ich einfach, Bro Kommen wir jetzt zum Klassen-Setup Und zwar Die Primär ist im Endeffekt scheißegal Also Secondary, dann die Nahkampfwaffe Dann zocke ich Die Wildcard Draufgänger Draufgänger deshalb, weil Da kann man's Perfekt, Digga Ja Du hast einfach meine Aufnahme gecrashed, Digga Ja Ja, ähm, haben die Jungs hier im Discords von meistens kurz bei ner Aufnahme fresh Egal, das Video-Material nämlich mit rein Ähm, und zwar Ich zocke Wildcard-Draufgänger, weil zwei Rauchgranaten, wie ihr in dem Video schon gesehen habt Jeden Clip waren einfach auch, damit ich die Sicht der Gegner einfach bedecken kann, ja Und zwar, und dann kann man noch zwei Tomahawks mitnehmen, weil das ist einfach geil, aber es ist einst daneben, hast du eine Chance dein zweites zu hinterlassen Dann zeige ich die Störer, man könnte auch richten Mikrofon mitnehmen, aber ich finde Störer amüsanter, weil das ist halt so eine A-Fucker-Klasse, ne? Sieht der Gegner halt nix auf dem Radar, fuck, dass ich glaube ich mehr habe, als wenn ich die sehe, so wisst ihr wie ich meine Dann Taktik-Maske Spurenleser, damit ich feindliche Schritte sehe Also feindliche Fußabdrücke auf dem Boden Und Gang-Hoo Allerdings würde ich vielleicht auch nennen, ja, mit dem habe ich noch nicht probiert, eins von den beiden Ja, das wär's damit nur Video Ich hoffe, das Video hat ein... Die Gärchen heute echt sprachvieler und Spaß Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Und Grüße gehen raus an meine Playstation, dass ich schon fast schreien muss, weil ihr mir gleich wegfliegt